Die PS5 zu bekommen war echt super einfach. Ich bin einfach in Saturn und habe sie mir gekauft. Das Standard Playstation Headset ist wirklich super und es hat auch eine echt gute Audioqualität. Die Spiele von From Software sind wirklich super easy und gerade für Einsteiger eigentlich gar kein Problem, da kommt überhaupt kein Frust auf. Die CDs der Playstation sind wirklich super pflegeleicht und eigentlich bekommen die auch nie einen Kratzer, oder? FIFA zocke ich wirklich richtig gerne, weil ich da einfach so viel abnehme. Die Festplatte von der Playstation 5 und auch 4 ist wirklich riesig. Da braucht man eigentlich nie was löschen. Die Media Markt Aktion 3 für 1 war wieder richtig kacke. Ich habe da wirklich fast gar nichts gefunden. Dieser Playstation 4 Controller, der hat wirklich eine super Qualität und der löst sich auch gar nicht ab irgendwie. Ich glaube, der geht irgendwie nie kaputt. Die neue PS5 ist echt super kompakt und passt ganz genau in mein Gaming Regal. Meine alte Playstation brauche ich nicht mehr. Ich glaube, ich werfe sie einfach weg oder verschenke sie. Auf allen meinen Playstationen habe ich noch nie einen Teil von Resident Evil gezockt. smiles. Bye, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. oras公. créer. Does. 輪. Yep. Energie. Aus.